Moin Moin und Herzlich Willkommen zu einer neuen Hunde ARC mit dem Kiosho Essenden Kiosho und Galebo Hallöchen Na da sind wir wieder vor unserem Ei wo wir letztens ja in der Bude aufgehört haben und gesagt haben oh 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 da kann ich aus mir jetzt rücklaufen Wir haben ja noch 3 Minuten lang warten wir noch Solang reden wir halt hier irgendwas Hast du ein Material dabei um das noch zuzumachen? Shit, mir fehlt 17 Holz 17 Holz? Ja Ja, hab ich Gut 30 Holz Boah, du bist ja richtig spendabel hier ey Was ist mit dir los ey Warum gehst du raus? Nee, nee, geh nicht Ach so Ach jetzt, Alter Weil die verdippt doch die ganze Zeit das Blut, oder? Oh oh Mach's ja Sein, ja Ich weiß auch nicht was das ist Ey, jetzt auf Wir müssen das Blut, wenn das jetzt schon abseits auch mal in den Kirsch am packen Ja, das würde ja nicht helfen, wenn mal Nein, aber wenn wir denn mal los sind, dann fangen wir an, wenn du schon 10 Böbel hast, dann Oh, wir müssen heute los, ne? Ach ja, neue Vögel sammeln Ach ja, neue Vögel sammeln Ich bin dafür, wir holen uns gleich 4 Also Was läuft das? Hä? Was läuft das? Von uns? Nee Geht draußen Ja, draußen rüberfliegen ist schlecht Ach, so ein Ach, der hat ihn aber auch nicht schlecht Geh mal, geh mal, geh mal Steck mal Ach, so ein Ach, so ein Wie ist der mal Markus, ne? Nee, den hat man noch nie Oh, den hat man am Anfang mal Echt hat man so einen Mann? Nee Ach, doch Unsere Expedition verschiebt sich immer nach hinten, ey Eine Minute 15 Und wir brauchen unbedingt, wir brauchen eigentlich auch mal solche Bären brauchen, also diese Faultiere brauchen wir bestimmt mal irgendwann Und auch diese komischen Dinos, die hier spuffen Aber das hat heftige zu bekommen, glaube ich Ja Eigentlich, wenn hier was wir grad hier züchten, wenn die ein bisschen hoch im Level sind, mit diesen paar Bonus, die gehen dann schon gut ab Also, ist schon Wahnsinn Ja, wie sollen wir auch noch da hinkommen? Sollen wir mit Yogi und Spike fliegen, oder was? Oder, nee, mit einem, ne? Nur mit einem Wart mal, wer war das? Kann sein Nee, kann sein Nee, das ist Sherry, hm Sherry, nimm mal die Ja Guck Wie guck Nur wir müssen halt warten, bis die so ein paar Bären tragen können übernehmen kann für mich, dass der gleich wieder hops macht Ja Das ist klar, im Augenblick müssen wir hier bleiben Das ist los Oh, zwei? Was? Zwei sind die bei mir Ja, warum das? Komm, das Zwillinge? Äh Prägung steht hier Ähm Was ist das überhaupt? Ist das ein Fehler? Ist das ein Fehler? Weiblich und schlecht Beide? Äh, eidensicht weiblich Das ist ein Fehler Weiß ich nicht Folge Kalimbo Machen wir beim anderen Mal wieder prägen Hab ich Steh aber auch Das ist männlich Das sind zwei Das sind tatsächlich zwei Warte mal, was reinlegen Hast du dabei, Bären? Ja Ich hab gar nicht dabei Ich kann nichts reinlegen Wie? Hast du mal beim anderen? Auch nicht Warte, wer ist die Bären hast du denn? Die Kirschen? Ähm Wie diese Dinger nur Gelben? Ja Welche? Ne, die lilan Die lilan Nimm mal blau und gelbe Mal gucken Die will ich gar nicht Hast du Leben getobt? Hä? Die sind doch kein Fleischpässe oder? Ne Hier geht Ich kann reinlegen Guck du mal Ich kann reinlegen Eh komisch Sehr seltsam Was machst du denn da? Willst du, dass sie sterben? Was? Willst du, dass sie sterben? Ne Nimm die doch mal mit raus Warum kommt er nicht raus? Ach jetzt Achso, jetzt ist bei dir aber Folgen Bleib auf Ist doch schon, ist doch schon auf Folgen Ja? Komm raus mit deinem Warte mal, ist das auf Folgen? Ich hab hier Folgen am Stand niedrig gemacht Ja, warte mal Folgen Liedrigste Habe ich Folgen überhaupt an? Oder was ist das? So, jetzt Komm Hallo Guck mir doch mal Folge Palimbo Hä? Da steht da Ich bring den aus mal So, Zielentfernung Warte mal Schnell dich mal in die Tür Ja Warte Äh, äh, ja Mach ich, hab ich Da wird das Pferd eingestellt Folgeabstand Niedrigste So Komm Ja, niedrig, ne? Nicht hoch Ne, niedrigste hab ich Kommt er noch raus Wo sind denn unsere Melle? Ah, hier oben hinstellen, ok Sind doch ganz langsam, ne? Oh, komm Die sind aber genauso aus wie ich glaub Wanderen deaktivieren Hab ich Verhalten Folgen deaktivieren Ich kann da nix reinlegen Seltsam Alter, fressen die schnell und viel Wie das? Wird's blöd, wenn die zwei aneinander sind, ne? Das geht gerade Man sieht das ja ungefähr Dann muss ich halt ein bisschen was reinschmeißen Ich will schon mal behalten Ich will schon mal behalten Wie darfst du denn da nix reinlegen? Kannst du woanders was reinlegen? Mal schauen Mal schauen Ich träg doch Stierschel Hier kann ich reinlegen Hm Vielleicht kannst du jetzt da reinlegen, denn? Vielleicht muss das einmal irgendwie in Ordnung gebracht worden sein Einfach rüberziehen, ne? Naja, ne, geht nicht Hm, ok Sehr seltsam Das ist ja sehr, sehr komisch Wir nehmen unsere Dodo Die haben auch schon was, weil wir hier Was wir uns auch mal bauen sollten? Ja Das ist so ne Warte mal mit Level Warte ich muss es suchen Ja Ich glaube hier die Flinte mit Level 35 Ach ja, und dann Betäubungsfeilen, ne? Ja genau, da braucht man erst einfache Gewehrmunition Da brauchst du nämlich Schießpulver Welches Level? 35 Ja Und Schießpulver machst du glaube ich mit dem Mit der Holzkohle Mhm Auch, ja, ja Ja, Schießpulver Eigentlich Unterschiede 95 Metall Ja, Zündpulver und Holzkohle brauchst du Und Zündpulver Oh, hier Feuerstein und Stein Und wo ist aber Wie kannst du daraus was anderes machen? Ich sehe hier nirgendswo Was mit Dings besetzt Äh, warte weiter unten sind Level 62 Da brauchst du diese Gewehrmunition Zwei Metallbahnen Und Narkosemittel Wird mit dem Jagdgewehr verschossen aber, ne? Ja, das ist doch das, oder? Ne Ne Was denn das? Ich glaube nicht, dass das ist Ich habe das aber kein Jagdgewehr Ja Ne, wirklich nicht, ne Ich glaube das ist das nämlich Aber, weil da unter Warte mal, das hast du gesagt 35 glaube ich, ne? Da unterkommt das eine Flinte Dann da runterkommt eine Schroten Ne, der Schroten kann nicht sein, ne Gewehr Ne, Flinte meinte ich doch Ja, ne 35 Gewehr Angel Schrotflinte Glaube ich nicht Gewehr Hergestellte Pistole Sturmgewehr Es gibt ein Sturmgewehr, ja Aber Das kann's doch nicht sein Dann ist es wahrscheinlich das, hast du recht, ja Und ein Scharfschlüsse Gewehr gibt es noch Also ich kann ja nix reinlegen Das ist verrückt Sind aber beide gerade aktuell voll Was reingeht heute Die Frage ist, ab wann, wenn die 300 drin haben, denken sie, dann können wir abhauen oder was? Weiß ich aber Wie machen wir das weiter, ne? Ein bisschen Meine Prägung dauert eine Stunde Dann sind wir locker wieder zurück Die Vögel waren nicht so weit weg, ich hab das ja markiert gehabt mal Problematisch wird nur, ich hab mal geguckt, das Leben, ne? Also von Sherry, das Leben ist auch nicht so viel Wir müssen auf dem Boden dann gehen und Sherry parken, weil wenn Sherry ein paar mal gehauen wird, das ist nicht so gut Aber das ist einmal erhöht, weil Sherry hat gerade mal 400, nicht mal 400 Da müssen wir auch mal gucken, dass sie vielleicht auf, hört sich doof an, vielleicht mal auf 1000 kommen bei ihr Weil wenn die mal weg ist, dann ist, ne? Also wo die das letzte Mal gehauen wurde, das ging schnell runter Ja, weil die hatte nur 320 oder so, oder 350 Das ist nix, das ist ja leckerlich Da bin ich ja dann hier schnell weg Da bin ich ja dann hier schnell weg Ein weiblicher Name Ich weiß, wie wir sie nennen Wir spinnen da immer um, ne? Ja Weil es gerade passt Guck mal, wir haben ja sogar echt noch Fackeln, die brennen können Guck mal, wir haben ja sogar echt noch Fackeln, die brennen können Ja, kack dir erstmal los hier Ja, kack dir erstmal los hier Oh jetzt wär... Ich guck mal, ja Hau, so geh auch richtig weg Ja, die geht schnell mit Wow Kannst du mal vorbeikommen? Ja Ich weiß nicht was er alles drin hat, kannst du noch ein bisschen was rausnehmen? Olaf ist voll, ich kann nicht mehr bewegen Ich kann jetzt mal ein Level abgeben zur Not Kann ich ja parken Oh, mach mich drauf, kannst du parken? Wow Okay, ich glaub ich brauch auch nichts mehr ernten Wenn du mal reinguckst Oha Oh hier die Narkotik, kann man nachher Narkotik mal erstellen Ja Nicht wenig, ich versuch grad schon die ganzen Sachen hier mal raus zu schmeißen Boah Heute hat er auch ein bisschen drin Der ist über voll Oh der ist 200 über voll Okay Okay Das war's.